Am 9. September 2022 legte ich Silent Film DJ Dread im Kinohangar des Attention Festivals Nr. 9 zu einer durch AI kolorierten Fassung des sowjetischen Stummfilmklassikers Schelowski Kino Apparatum, Der Mann mit der Kamera, aus der UDSSR 1929 von Siger Werthoff auf. Durch die realistische Einfärbung des historischen Filmmaterials und die zeitgenössische Vertonung hält der experimentelle, dokumentarische und politische Stummfilm zeitgenössische Facetten. Ohne Zwischentitel und dank des scharfen und farblich nuancierten Full-HD-Bildes entfaltet die Kombination aus elektronischen Klängen und experimentellen Filmaufnahmen einen hypnotischen Sog. Zuschauerinnen schweben zwischen dem Eindruck historischer Filmbilder und dem atmosphärisch bis treibenden Klängen zeitgenössischer Musik, Sounds und Melodien. Das Festivalprogramm schrieb, der beste Dokumentarfilm aller Zeiten, British Film Institute, hält durch die digitale Nachbearbeitung und das Klangkonzept von Dirk Kunze eine wirkungsvolle Frischzellenkur. Spannend. Viel Spaß bei der Vertonung. Spannend. Viel Spaß bei der Vertonung. Spannend Mustin. Mark overheadlegt. tecnología. Spannend. Spannend. Untertitelung. BR 2018 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.